Satelliten bewegen sich in Höhen von 200 Kilometer bis 36.000 Kilometer um die Erde und brauchen für eine Rotation zwischen 1,5 und 24 Stunden. Auch für Satelliten gilt das Trägheitsprinzip. Jeder Körper behält seine Geschwindigkeit bei, solange auf ihn keine Kräfte ausgeübt werden. Würde keine weitere Kraft auf den Satelliten wirken, so würde er sich mit derselben Geschwindigkeit im All weiter bewegen. Er würde also auf einer geraden Bahn ins Weltall fliegen. Das schwere Feld der Erde ist jedoch unbegrenzt. Das heißt, die Bewegung des Satelliten wird von der Gravitationskraft der Erde beeinflusst. Der Satellit erhält dadurch eine Zusatzgeschwindigkeit in Richtung Erdzentrum. Damit ändert sich die Bewegungsrichtung des Satelliten ständig und es kommt zur Rotation um die Erde. Der Satellit fällt sozusagen dauernd um die Erde. Da die Gravitationskraft ständig eine Zusatzgeschwindigkeit bewirkt, ist dies eine beschleunigte Bewegung. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Untertitelung des ZDF, 2020